Hallo liebe Leute, grüß dich zum Test des Tages von dem Lidke Winter. Heute die WK Schnitzel von MyBestVagy vom Lidl-Preisgut, Geschmackgut, auf Basis von Weizen- und Soja-Arweiz, Firma Finno aus Glockenburg. Und da sind sie. Ich habe drei Packungen geholt. Einmal die Schnitzel, rechts, links das Coulton-Brille. Da sind immer zwei drin. Und so sieht es aus in der Pfanne. Und so sieht es aus im Backofen. Moment, ich rühre mal weit. Hallo liebe Leute, grüß dich beim Test des Tages von MyBestVagy. Ich weiß schon lange kein Test des Tages mehr. Wir haben auch schon viele nachgefragt. Und ich hatte die Schnitzel geholt vom Lidl. Wollte ich sowieso holen. Und da waren die jetzt im Angebot, weil die Kurschen abgelaufen waren. Und die gibt es als Schnitzel und als Coulton-Brille. Und da sind immer zwei Schnitzel drin. Die sind 200 Gramm. Die sind vegetarisch, nicht vegan. Vegetarisch, weil da eine noch drin ist wahrscheinlich. Ist das nicht vegan, sondern vegetarisch. Und ist laktosefrei. Und die habe ich fertig gemacht. Da steht drin, man kann die im Backofen machen. Habe ich hier im Backofen. Und den hier in der Pfanne. Ist die eine Seite ein bisschen dumm geworden. Habe ich zu hoch gemacht. Aber vom Geschmack ist, der in der Pfanne schmeckt mir doppelt so gut wie der im Backofen, würde ich sagen. Der hat einen anderen Geschmack in der Pfanne als im Backofen. Und dann, ähm, vielleicht macht man erst im Backofen und dann noch ein bisschen, äh, in der Pfanne. Weil hier habe ich ja auch, so und so lange gemacht, wie da drauf stand. Und, äh, dass die fertig werden. Und hier habe ich auch, ähm, ja, ungefähr 6-7 Minuten in der Pfanne. Und die eine Seite habe ich nicht aufgepasst. War ein bisschen zu hoch. Aber, ähm, kann ich nur empfehlen. Und normale Schnitzel kosten auch so viel. Die kosten ungefähr genauso viel wie normale Schnitzel. Und beiß auch nicht, äh, teurer. Und Wildtasche. Und Einzeldinger hat 100 Gramm. Das reicht vollkommen. Wenn man ein normaler Mensch, äh, erwachsen ist, so 350 Gramm, 400 Gramm. Dann habe ich die Pommes mit Mayo und das. Und dann habe ich doch Salat, aber das passt nicht mehr drauf. Und kann ich nur empfehlen. Was kann ich noch sagen dazu? Biswitzi. Gute Makel. Die haben auch andere Sachen. Ich zeichne es nochmal. Moment. Also, so ein Schlitzel ist echt groß. Ich würde sagen, das hat so fast 20 cm, äh, 18 bis 20 cm in Länge, darf ich sagen. Und da auch. Das ist, äh, ist mir leider durchgebrochen. Ähm, im Backofen. Und das war in der Pfanne. Und da sind sie, die gibt es beim Niedel. Die kosten hier, ähm, 2,29 und jetzt im Angebot 1,60. 1,60, wenn die 1,60 kosten will, dann, weil wir jetzt der Ringer. Und 2,29, ja, dann mach 1,98, wäre super. Dann werden die auch laufen. Und 2,29, ja, kann man holen, aber ist genauso teuer wie ein normaler Schlitzel da, ne? Ist ja eigentlich vegetarisch und dürfte eigentlich nur die Hälfte kosten. Aber, ist noch am Anfang, aber, das wird noch. Kann ich nur empfehlen, ähm, da steht Geschmack gut, Preis gut, Preis ist gut, weil die 2,29 sind, wenn die jetzt 1,98 kosten, ist der Preis sehr gut. Und Geschmack im, im Ofen gut und im, in den Pfannen würde ich sagen, sogar, sogar sehr gut, würde ich sagen. Schmeckt ein bisschen anders mit dem Schnitzel, aber, ähm, kann ich nur empfehlen. Könnt ihr mal holen und ausprobieren da, was vegetarisch da? Okay, das war der Test von Nuttke Winter, Test des Tagers, das vegetarische Schnitzel vom Nidl, kann ich nur empfehlen. Okay, ciao, bitte abonnieren.